Reich in Rente. Altersrentner werden immer reicher. Das Doppelverdienermodell. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Ja, meine Damen und Herren, bis zum 1. Januar 2023 galt ja der Grundsatz, dass der Hinzuverdienst, der anrechnungsfreie Hinzuverdienst bei einer vorgezogenen Altersrente oder der anrechnungsfreie Hinzuverdienst bei einer Altersrente nur ab Erreichen der Regelaltersgrenze möglich war. Und da war das natürlich ganz toll für alle Rentnerinnen und Rentner, dass sie dann sozusagen neben der Rente anrechnungsfrei hinzuverdienen konnten. Ab 2023 sieht das jetzt aber so aus, dass sich auf eine vorgezogene Altersrente, das ist die Altersrente für langjährig Versicherte, die Altersrente für schwerbehinderte Menschen oder aber auch die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, de facto unbegrenzt hinzuverdienen kann. Es wird seit dem 1. Januar 2023 kein Hinzuverdienst mehr an die Rente angerechnet und zwar jeglicher Hinzuverdienst. Sei es Arbeitseinkommen aus einer selbstständigen Tätigkeit, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, Kapitaleinkünfte, Zinserträge, Aktien, Aktiengewinne oder Arbeitsentgelt aus einer Beschäftigung, sei es eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, sei es ein Minijob, nichts mehr wird angerechnet. Sie können de facto jeden Monat eine Milliarde Euro dazu verdienen. Die deutsche Rentenversicherung zieht Ihnen nichts mehr von der Rente ab. So und genau das ist es, warum ich sage, das könnte den einen oder anderen Rentner wirklich als Doppelverdiener für eine gewisse Zeit lang tatsächlich auch echt reich machen und glücklich machen, denn er hat ja zum einen die entsprechende Altersrente brutto oder gleich netto dann zur Verfügung und auch noch das Nettogehalt aus seinem Verdienst. Ich werde mal in diesem Beitrag nichts zum Thema Steuern sagen, denn das ist klar, das ruft dann wieder diejenigen auf, die da nicht zufrieden sind, sagen, oh, da müssen wir ja einen Haufen Steuern zahlen. Meine Damen und Herren, ich will einfach nur auf das Grundprinzip hinweisen und Ihnen sagen, dass das keine schlechte Sache ist. Ja, ich erlebe das sehr, sehr häufig auch in unserer Beratung und auch mit diesen Berechnungen, wenn wir mal vielleicht doch, wenn es gut klappt, eine gute Steuervorausberechnung machen können, dann sagt doch der eine oder andere Mensch, das lohnt sich, ich greife hier nochmal an, ich werde auf jeden Fall neben dem Rentenbezug auch nochmal arbeiten gehen, sei es nur halbtags oder auch gerne Vollzeit, das ist völlig egal. Meine Damen und Herren, und das ist genau der Punkt, Sie können hier also im Grunde genommen letzten Endes bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, bis zum Tode, wenn Sie das wollen, gerne noch arbeiten und hier neben der Rente dazu verdienen. Das heißt also, man kann im Grunde genommen hier das völlig unproblematisch machen. Was aber Sie nicht machen müssen, um beides können zu dürfen, ja, meine Damen und Herren, Sie müssen keine 99,99 Prozent Teilrente beantragen, nur um beides beziehen zu können, wie ich es in einer Online-Ausgabe eines Online-Magazins erst vor kurzem lesen durfte. Das ist Humbug, das ist Blödsinn, meine Damen und Herren. Selbstverständlich können Sie auch eine Vollrente wegen Alters beziehen und müssen da auf nichts achten. Das hat mit dem Hinzuverdienst überhaupt nichts zu tun. Die 99,99 Prozent Teilrente, die macht nur Sinn, wenn Sie sagen, ich will weiterarbeiten und ich möchte dann entsprechend aus dem Arbeitslohn heraus auch noch Krankengeld beziehen. Wenn ich länger als sechs Wochen arbeitsunfähig erkrankt bin, dann macht die 99,99 Prozent Teilrente tatsächlich Sinn. Kann aber auch wiederum ein Problem darstellen, wenn man nämlich gleichsam mit dem Rentenbeginn hier eine entsprechende Betriebsrente beantragen möchte, dann kann das ein Schuss in den Ofen werden. Dann kann es passieren, wie das bei der VBL zum Beispiel so ist, dass bei erstmaligem Rentenbeginn der VBL-Rente hier eine 100 Prozent Altersrente nachgewiesen werden muss. Also, meine Damen und Herren, für Sie heißt das also letzten Endes, Sie sind Rentenbezieher, bekommen Rentengeld und Sie gehen weiter arbeiten. Das heißt also, Sie bekommen aus dem Arbeitsentgelt, wenn es jetzt mehr als Minijob ist, ein Nettoentgelt ausgezahlt. Sie sind weiterhin zu kranken und sozialversichert, erwerben weiterhin Rentenansprüche. Das sind ganz, ganz wichtige Dinge. Das macht dann auch tatsächlich Sinn und möglicherweise auch viel Freude sozusagen, wenn Sie dann monatlich auf das Konto gucken. Natürlich immer im Hinblick auch mal auf die Steuern zu achten und sich die Frage zu stellen, ob das Finanzamt nicht ein Jahr später dann bei der Steuererklärung zugreift. Aber mehr möchte ich dazu nicht sagen. Die Grundproblematik hier ist bekannt. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zum Thema Reich in Rente durch Doppelverdiener oder durch Doppelverdienst. Ich finde keine schlechte Sache. Ich werde es auch weiterhin propagieren, dass Sie eventuell auch Ihre Bekannten, Ihre Freunde, die schon im Rentenalter sind, vielleicht auch nur eine geringe Rente haben, doch versuchen neben der Rente noch ein bisschen weiterzuarbeiten. Kann im Übrigen auch wirklich sinnerfüllend sein, kann Spaß machen. Da ist man halt nicht ganz so allein, wenn man jetzt halt nicht verheiratet ist, keine Kinder hat, sondern da kommt man vielleicht auch mal wieder ein bisschen unter Leute und hat da auch über die Arbeit wieder soziale Kontakte und auch, was ganz wichtig ist, soziale Wertschätzung. Das heißt also, Sie als Mensch werden wieder gewertschätzt, als wenn Sie nur den ganzen Tag alleine als Rentner zu Hause rumhängen und praktisch sozusagen die vier Wände anschauen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Pöppel.